So Freunde, da sind wir wieder. Ich habe meine Seelen wieder, ja, 51.000 mittlerweile. Habe hier schon mal alles gecleared. Hier gibt es schon wieder 3 Millionen Wege, ja. Was ich im letzten Video gar nicht gesehen habe, ist, dass man auch noch hier rein kann. Und hier ist ein Fahrstuhl. Gucken, wo der hinführt. Ah ja. Shortcut. Sehr gut. Die haben wir schon mal freigemacht. Das ist schon mal fantastisch. So. Okay. Jetzt kann man hier oben auch wieder an... Es gibt auch schon wieder 2 Möglichkeiten, wo man langgehen kann. So, wir werden erstmal kurz hier runter gucken. Ah, da kommen wir an das Item ran. Eine große Titanidscherbe, alles klar. Und wo kommen wir jetzt hier hin? Ah ja. Ja, okay. Ich weiß zumindest ungefähr, wo wir sind. Hier gibt es noch was zu looten. Nochmal eine Seele. Ah ja. Okay. Jetzt mit Sense. Komm mal hier runter. Ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich ausweichen. So. Okay. Oh, das ist schon der Nächste. So, das war gerade richtig viel Glück. Aber man muss ja auch mal Glück haben. Ja, so wie es aussieht, wird es hier wohl einen Boss geben. Aha. Aha. Ich weiß bloß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wenn man da jetzt einfach so... Oh, wow, wow, wow. Ja, na klar. Und dann gleich gegen drei, na, ist, ist richtig. Nicht runterfallen, nicht runterfallen. Bitte, bitte. Nein, nein, nein. Was ist das hier? Hurra für guter Gefährte? Ach, hier ist dann bestimmt ein Rufsymbol, oder? Hier geht es runter. Okay. Ach, und hier können wir die Tür auf, alles klar. Und hier ist wieder so ein Kollege, natürlich. Und gleich zwei davon. Was die Schaden machen, ist fiesch, ehrlich. Hier gibt es noch Glut. So, dann hätten wir das auch geöffnet. Das ist gut. Das ist sehr schön. Das freut mich sehr. So, die Frage ist jetzt, was machen wir jetzt? Hier geht es wohl definitiv zu einem Boss. Warum er jetzt in Nebel ist, das darf man sich auch fragen. Ach, da kann man einfach durchqueren. Alles klar. Na ja, ist logisch, ne? Das ist bei Dark Souls meistens so, wenn man durch den Nebel schreitet. Oh, das ist ja nicht so, wenn man durch den Nebel schreitet. Oh, das ist ja nicht so, wenn man durch den Nebel schreitet. Ähm, irgendwie ist hier nur noch einer. Ja, dann. Ring des Sonnenerstgeborenen. Okay, gut. Dann bleibt er jetzt eigentlich nur noch. Was hat der für mich? Krone des Hoher Priesters. Dann bleibt ja für mich eigentlich nur noch eines. Also, diese Feuerzauber von denen, die gehen echt. Von hier schießen sie bis zu Wort. Ja, da bleibt ja jetzt eigentlich nur noch eins zu tun hier. Und zwar. Ne, nicht reisen. Ach, okay. Ich renne da noch rein. Der Weg ist nicht so weit. Wenn ich da sterbe, dann ist das nicht ganz so wild. Aber wir müssen ja noch. Nochmal da runter. Da war ja noch eine Leiter. Wieder an den Jungs vorbei hier. So, hier war das. War hier nicht einer? Da kommen sie. Auch gleich wieder zwei hier. Ihr habt das gesehen? Sie, schweinebackende. Und da ist sogar noch einer. Da ist auch noch einer. Aber wir schnappen uns nur noch diesen. Ja. Wenn man hier dann zirb, daneben haut, ne? Dann brauchen wir uns nicht wundern. So, komm, hoch hier. Alles finster hier. Das ist echt nicht zu glauben. Ich trinke mal lieber was. So, wo kommen wir denn jetzt hier an? Da drüben steht noch so ein Gefährte. Oh, ja. Der zaubert auch noch. Ist natürlich auch sehr angenehm. Ist das dunkel hier. So, was gibt's hier? Bleichstein. Okay. Da sind noch mal zwei. Hier ist wohl nichts weiter. Na, einer verabschiedet sich gleich. Aber hier ist auch nichts. Also brauchen wir uns hier auch nicht aufhalten. Okay. Sind wir denn jetzt hier? Ach so. Dann kommen wir wieder hier an. Alles klar. Okay. Gut. Dann ist ja eigentlich Prinzipiell ist er ja dann bloß noch ein Boss, oder? Oder täusche ich mich da? Das fände ich gar nicht so blöd. Na ja, gut. Okay. Wir werden mal zusehen, dass wir jetzt... Ich reise erst mal zum Feuerband schreien. Und im nächsten Video machen wir den Boss. Ich will erst mal meine Seelen loswerden. Dann danke ich euch erst mal fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal.